Willkommen zurück bei Pokémon Quartz. Ja, entschuldigt, die Maus im Bild. Im letzten Part haben wir ja hier den Kampf angefangen gegen Amber Leader Amber. Und was auch immer das für ein Vieh ist, wir werden es vernichten. Iron Defense macht uns nichts. Hat das Lippenstift drauf oder soll das der Mund sein? Also klar, wenn das Lippenstift drauf hat, ist es der Mund, aber... Oh Gott, das ist... Unlicht ist schon mal nicht so effektiv. Muss halt die Metallklaue drauf. Naja. Okay, das Vieh scheint schon mal sehr, sehr stark zu sein. Hoffen wir mal, dass es vom Stahltyp ist. Dann kann ich es nämlich mit Elektroattacken relativ gut ausschalten. Wir können das jetzt echt nur hoffen... Oh Gott, wie viel hält das denn aus? So, Donnerwelle. Es ist jetzt unsere einzige Chance, das Vieh hier Alarm zu legen. Also ich glaube, echte Kampf werden wir nicht überstehen. Das hat... Nee, das... Also das macht mich jetzt echt fertig, dass das Vieh so heftig ist. So, was ich probieren kann, ist jetzt noch Confuse Ray Wervethil. Ich kann schon wieder nicht reden. Das habe ich aber irgendwie jeden Part. Ich muss mal längere Sessions machen jetzt, wo ich... Wieder langsam ein bisschen mehr Zeit habe. Ja, verletzt dich bloß selbst. Oh Gott, das kriegt ja überhaupt keinen Schaden. Aber zum Glück Nightshade 24 Schaden dauerhaft. Ja, damit kriegen wir es nämlich. Das ist jetzt unsere einzige Chance, das Vieh mit Verwirrung und Paralyse hier festzuhalten. Bis wir es tot haben. Cassie, du bist echt Gold wert. Also wenn ich Cassie nicht hätte, ich glaube echt, es wäre hier wirklich dann problematisch. Nee. Oh. Nee, das... Verinder... Es senkt ja bloß die Verteidigung. Das ist nicht ganz so schlimm. Und solange wir das auf Verwirrung halten, ist alles okay. Verwirrung ist unser bester Freund. Jetzt möchte ich aber gerade mal gucken, ob die Audioaufnahme auch läuft. Ja. Tut mir leid, wenn ihr das ab und zu mal seht. Das ist immer so... Läuft sie oder läuft sie nicht. Und ich habe keine Lust, das nochmal nachts zu synchronisieren. Spark. Funken? Funkensprung wahrscheinlich. Ja, das muss ich mir immer so ein bisschen ableiten. Ich kenne leider die englischen Namen nicht. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Superpausch. Na, danke. Es war schwer genug, das Vieh so weit zu schwächen. Vor allen Dingen, da unser Boden-Pokémon, also unser Semi-Boden-Pokémon, ja von dem Stahlvieh erledigt wurde. Ich habe so das Gefühl, es ist nicht mehr verwirrt. Wie komme ich bloß darauf? So, jetzt trink mal Item. Hier, besauf dich mal, Cassie. Kannst es dir leisten. Ja. Heilen auf beiden Seiten. So muss es sein. Gut, Confuse Ray. Das Vieh... Ich kann mir jetzt echt nur noch mit Verwirrung hier helfen. Das ist unsere einzige Chance, hier irgendwie lebend wieder rauszukommen. So, und Nightshade natürlich. Ich hoffe, das hält noch lang genug. Gut, dass das Vieh nicht in der Lage ist, mich dann anzugreifen. Warum auch immer. So. Och, ja, es ist wieder aus der Konfusion raus. Danke. Vielen herzlichen Dank. Das wird Cassie nicht überstehen, wenn ich... den ich weiterhin heile. So, Back. So, da Pop. So. Ich schalte das Vieh jetzt ganz schnell aus. Solange ich noch die Möglichkeit dazu habe. Hatte Cassie nicht mal eine Flinkklaue? Ja, hatte. Super. Und Barry hat keinen Ruckzuck-Heep drauf. Na, super. Das dürfte es dann wahrscheinlich bald gewesen sein. Geowurf macht nochmal jetzt den Schaden, den wir brauchen, um das Vieh zu töten. Aber jetzt das Letzte. Aufs Letzte kommt es an, ne? Mal gucken, was es wird. Ich glaube, das könnte noch gut werden, weil auf das Vieh sind wir sehr effektiv. Oder auch nicht. Oh Gott, das war das Vieh, was so viel Schaden macht. Ja. Gut, dann müssen wir da nochmal hinlaufen. Ah, das war jetzt doof. Das war echt doof. Ach ja, und wir starten natürlich wieder hier in Sea Blue. Ach toll, da müssen wir gerade nochmal den ganzen Weg nach da oben laufen. Blende ich den für euch aus? Ne, kommt. So weit ist es nicht. Dann müsst ihr das halt jetzt mit angucken, weil ich möchte ja auch nicht, dass es hier so schnell vorbeigeht. Außerdem dürft ihr dann mir wieder beim Skaten zusehen. Wenn nicht, könnt ihr ja skippen, dann springt einfach gerade bis zum nächsten Teil, also bis dahin, wo ich wieder oben bin. Das ist ja auf YouTube relativ easy. Außer ihr habt eine schlechte Internetverbindung, dann müsst ihr halt gerade mal damit leben. Ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich, das vorbuffern zu lassen die ganze Zeit. Nur dafür, dass ihr dann seht, wie ich gleich wieder den Anruf kriege, den ich schon mal bekommen habe. Ne, ich kriege keinen Anruf mehr, das ist schön. So. Wo muss ich überhaupt hin? In die Wüste darf ich ja wahrscheinlich nicht. Nein, darf ich nicht. Ja, kein Problem. Wir dürfen ja gleich wieder hochfahren. Dann müssten wir ja gleich da sein. Ist ja nicht so weit der Weg, zum Glück. So, Maroon Hill. Und... Ne, so, hier ist der Weg. So, Gondelfahrt beschleunige ich gerade mal. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch nach oben. Mehr ist es ja nicht. Ih, ich komme nicht vorbei. Zum Glück haben wir jetzt hier alle Trainer schon mal verprügelt. Und das bedeutet, der letzte, der noch bleibt, ist halt wirklich dann die Chefin. Und ich switch gleich mal hier Cassie vor. Weil gegen Stahltypen möchte ich jetzt nicht unbedingt Blinder vorschicken. So, das kennen wir ja alles schon. So. Diese Runde wird an uns gehen. Fangen wir gleich mal mit dem Confuse Ray an. Wir lassen uns jetzt nicht verarschen. Wir machen das Vieh jetzt eiskalt fertig. Ja, sei verwirrt. Schlag dich am besten selbst. Sehr schön. Du kannst uns nichts. Wir sind allmächtig. Naja, nicht ganz, aber zumindest sind wir stark. Und Cassie ist mit eins unserer stärksten Pokémon. Eisen Defense, also Iron Defense, was sind das? Ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Eisenabwehr, genau Eisenabwehr ist das. Ja, Metal Claw. Soll er machen, wenn er, äh, sie oder es. Ich weiß ja nicht, wer da die Befehle gibt, das Pokémon oder die Trainerin. Ich denke mal die Trainerin. Also soll sie mal einsetzen, was sie möchte. Gegen uns hat sie keine Chance. Gleich mal wieder verwirren, damit hier gar nicht erst ein Hang dazu aufkommt, mich anzugreifen. So, schlag dich bitte selber. Okay, oder schlag mich, das ist auch okay. Eigentlich nicht, aber... Was soll ich tun? Ja. Habe ich noch was zum Heilen? Ich glaube nämlich nicht. Ich habe den Lookdates to my door. Puh. Ne, sieht nicht so aus, als ob ich noch irgendwas zum... Bären. Ich habe noch Bären. Ganz vergessen, die Dinger heilen ja auch. Warte, habe ich doch... 10 PP, 10 HP. Sagt nichts, ich habe... Ach, ich habe echt nichts, was mehr als 10 HP halt. Gut. Dann müssen wir das Vieh jetzt eiskalt zerlegen, so wie es ist. Ich hoffe mal, es ist verwirrt. Also, klar, es ist verwirrt, aber es schlägt sich hoffentlich selber. Nein, natürlich nicht. Barry, Barry. So, Barry, dann zeig mal, was du drauf hast. Du bist jetzt meine letzte Hoffnung. Der Geowurf, der zieht zum Glück jetzt die 25 Schaden. Damit ist es weg. Puh. Das war... Das war ein heftiger Kampf. Leider hat es uns Cassie gekostet. Das war nicht so toll. Ich werde jetzt mal Linda vorschicken. Das ist der Vorteil. Wenn wir jetzt Schaufler benutzen, dann zieht es wenigstens. Und zwar richtig. Ja, senk unsere Verteidigung. Wirst du vermutlich eh nicht überleben. Hoffe ich. Ich habe ja zum Glück auch noch die Bodenattacken verstärkt. Damit es nochmal extra stark ist. Naja, es reicht aber nicht. Solange es nur sowas macht, ist alles okay. Sobald es anfängt, uns wirklich Schaden machen zu wollen, sind wir wahrscheinlich erledigt. Tackle nützt nichts. Nicht, solange wir hier schön unter der Erde sind. Aber es ist ein intelligenter Trainer. Also eine intelligente Trainerin. Die ist direkt darauf getrimmt, so schwache Attacken einzusetzen. Nicht Elektro-Attacken. Solange wir in der Erde sind und uns zu schwächen, wenn wir rauskommen. Ja, jetzt haben wir dummerweise dieses Muster da etwas überrannt. Dadurch, dass es sich gehalten hat. Hoffen wir mal, wir überstehen die Tackle-Attacke. Ja, überstehen wir. Gut. Jetzt heilt sie sich nämlich nicht, sondern setzt wieder Screech ein. Und damit sollten wir es besiegt haben. Oh, Tackle sogar. Gut, naja, es ist jetzt erledigt. Treffer und weg. Ja, Linda kommt gleich wieder hier. Level up, wird mächtiger. Ich versuch's nochmal mit dem Schaufler. Ich weiß, das wird wahrscheinlich Linda das Leben kosten. Ja, Takedown. Dagegen haben wir keine Chance. Dieses Vieh ist so übel. Ich weiß leider auch nicht, wie wir es platt machen. Ich versuch's mal zu paralysieren. Das ist, glaube ich, mit eins der besten Sachen, die wir tun können. Dieses Vieh ist so... Es ist einfach übel. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ihr seht ja, wie viel das mit einem Takedown abzieht. Ja gut, das kriegt halt auch Rückstoß. Aber ich mein, der Rückstoß ist vergleichsweise gering. So, dann nochmal Stahlflügel gleich hinterher. Naja, nicht sehr effektiv. Ich hab's befürchtet. Vital Throw. Naja, immerhin leben wir noch. Kann ich gleich nochmal Quick Attack hinterher setzen. Donnershock. Das ist natürlich gut gegen Badonna. Ich bin echt ein bisschen ratlos, wie ich das Vieh platt machen soll. Plino kann vielleicht noch ein bisschen was abziehen. Hier mit Rasierblatt. Wir können echt nur hoffen, das Vieh bringt sich halb sehr... Uh. Das zieht ordentlich. Da wird auch der Vital Throw nicht helfen. Okay, Plino. Ja gut, Plino ist ja hier unser König. Der hat's zum Glück geschafft. Aber das war knapp. Das war echt knapp. Sehr gut gemacht, Plino. Das übersetze ich jetzt mal nicht. Wie? Wie konnte ein kleines Kind so machtvoll sein? Ich muss jetzt... Ich muss gehen. Und das alles vergessen. Aber ich verfolge immer noch die... Glücklich... Die Freude der Elektro-Pokémon. Vergiss das nicht. Wow. Von hier aus kann man ganz Corner sehen. Warte. Weit in der Ferne ist ein See. Da sind komische Wellen. Könnte das der Chaos-Gott sein? Kommt er? Was passiert, wenn er kommt? Oh, Scheiße. Ich muss ihn stoppen, bevor er herkommt. Oder wir... Und die prügeln sich ja immer noch. Auch wenn ihre Meisterin schon längst besiegt ist. Okay. Irgendwo im Osten sind scheinbar komische Wellen. Und da kommt jetzt der Chaos-Gott. Ihr habt's ja gehört. Ich hab das hier alles zwar nicht toll, aber immerhin mäßig übersetzt. Da sollen wir jetzt... Da sollten wir wirklich jetzt hin. Moment. Kann ich von hier aus vielleicht auch noch weiter, weil... Nach rechts wollen sie uns ja nicht durchlassen. Dass ich hier vielleicht mal gucke, ob ich durch die Höhle komme. Ach, jetzt werde ich wieder angerufen. You've got a call from Ramon. Ramon? Wo hat er meine Nummer her? Wolf? Bist du da? Amnot hier... Ich hör dich nicht klar. Guck mal. Äh... Ich bin... I've been to Mount Nivus lately. Yeah. Also, ich bin gerade... bei Mount Nivus. Ich war da, weil ich relaxen wollte. Nachdem ich den Maroon Gym... Also, den Maroon Gym Badge bekommen habe. Und rate mal, wen ich getroffen habe. Run. Unglaublich. Run sah besorgt aus. Also, um dich besorgt aus. Wirklich. Und ich sah Bad Amber zum Zzzz gehen. Zzzz. Der Anruf wurde unterbrochen. Gut, ähm... Also... Ja, tut mir leid, wegen meiner mäßigen Übersetzung hier. Ja, ich prügele mich mit dem jetzt einfach. In these tunnels is where do I train here. You can't win. Was wollen wir doch mal sehen? Kampftyp gegen Barry? Das wird spannend. Wir sind zwar jetzt ziemlich angeschlagen, aber ich denke mal, Barry kann sich hier ganz gut verteidigen gegen die ganzen Typen. Jetzt erschließt sich hier ein stärkstes Kampf-Pokémon von uns. Das ist unbesiegbar. Ja, ihr seht's ja. Kaum Schaden. Den Typen kriegen wir down, aber dann muss ich den Partlight auch schon wieder beenden. Es wird langsam wieder Zeit. Haben wir viel erreicht. Naja, sind auch viel gelaufen. Jetzt müssen wir erst mal hier den Chaos-Gott aufhalten. Den fange ich mir. Aber da muss ich erst mal Poké-Battle kaufen. Oder ich spiele in der Spielhalle. Nein, das war nur ein Witz. Da verzocke ich bloß wieder alles. Das kann ich mal irgendwann machen. Genauso wie die Pokémon-Wettbewerbe. Da mache ich irgendwann mal eine Extra-Part für. Außer ihr sagt mir, ihr wollt es gar nicht sehen, dann lasse ich's. Das wäre aber netter, wenn ihr mir das sagt, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Und da schließe ich jeden ein, der gerade zusieht. Jeder muss mir dann einen Kommentar dazu abgeben. Also ihr müsst nicht, aber es wäre nett, wenn ihr mir da einen Kommentar dazu abgeben. So, ist Kangoo noch? Ich weiß gar nicht, ob sich Barry jetzt auf Level noch entwickelt oder ob der so bleibt. Ich hoffe, er entwickelt sich nochmal, weil Barry ist echt cool. Und sehr, sehr stark. Oder ist das so ein Fee wie Nocturne? Aber ich glaube ja, das müsste so Makuhita sein. Und das entwickelt sich ja einmal. Aber ich weiß nicht, wann. Ich kann mir gerade mal in den Pokédex gucken, jetzt bevor ich beende. Krikrit, äh, Wido, Flowsea. Ja, das entwickelt sich nochmal mit Wasserstein, habe ich gehört. Da wurde ich insofern schon mal, wurde mir vorweg gegriffen. Ähm, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Ne, das ist Jonek. DeepRip. Haaaah. Ach, das ist die Weiterentwicklung von Opale. Ah. Ja, Kangoo, hier müssten eigentlich noch zwei Entwicklungen folgen, nehme ich an. Dieses Vieh, ne? Ja, und das sind so Plusselminum, nehme ich an. Naja. Und, äh, ja gut, ich wollte gerade nochmal gucken, ob vielleicht noch ein paar Entwicklungen drin sind. Ob die beiden hier in der Entwicklungsebene stehen, ich kann es echt nicht sagen. Ja, hier kommen noch zwei, das ist Steinentwicklung, das weiß ich auch. Ähm, ja gut, ansonsten, scheint hier, ach, das Wuppert ist hier eine zweite Entwicklung, sehr schön. Kovoltos, da haben wir immer noch keine Weiterentwicklung gesehen. Haaaah. Ne, hier, sonst scheint hier nichts mehr zu sein Interessantes. Gut, Leute, dann lasst mir ein nettes Kommentar da. Ihr seht, ich speichere, so, gerade mal Tempotaste. Und wir sehen uns, wenn es wieder heißt, Pokémon Quartz. Bis dann, euer Wolf. Musik mostof. es kann man ja woanders